Hallo Leute, hier ist Spiegelmeister Besserwisser. Ich weiß, dass meine Stimme ein bisschen kurisch ist. Aber ich bin dran! Wir rennen! Können Sie mal mit? Also, heute ist zwar nicht so ein schöner Tag, aber wir waschen heute das Mund drin. Was geht so? Die Batterie ist leer. Die Batterie ist gerade leer. Jo. Leider ist sie leer. Was machen wir jetzt eigentlich? Aufladen! So, wir sind jetzt hier in wunderschönen... Wo sind wir eigentlich, Lenny? Strande. Wir sind hier in Strande. Und wollen hier unsere Ostertage verbringen. Ja. 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 Und da ist es cool. Bitte? Ja. Was machst du da eigentlich? Ich bin hier fest, dass wir nicht wieder abholen können. Wer? Wie? Am Oktopus? Nee, das ist Kraki. Ist doch das gleiche, oder nicht? Nee. Oktopus ist Tintenfisch. Oktopus sind doch keine Tintenfische. Doch. Nein, Lenny. Doch. Hat man verloren. Haben Tintenfische acht Arme? Der hier hat eine verloren. Alles klar. Gib her. Danke. Wo ist sie? Ich habe dir eine abgenommen. Noch mehr? Hier. Kannst ruhig. Ich habe ruhig noch eine. Los geht's. Ich habe andere. Ja, ich habe ihn verlangen. Ja. Dann. nochmal. Ähm, da hinten sind Schwäne. Schwäne? Ja, guck. Oh ja. Gah, oh oh, schreckliche Wolke. Wo? Gerade vor dir. Hier, Lenny, was hast du eigentlich mit dem Handy gemacht? Ich weiß nicht. Läuft es noch? Ja. Sieht mega aus. Ja, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen was? Es ist ein bisschen kaputt. Ach so. Hier? Okay. Kannst du halt nicht? Papp. So, wir filmen jetzt den Sonnenuntergang in Zeitraffer. Hast du dich da irgendwie verletzt? Ja, hab ich. Das Wohnmöbel ist ein bisschen kaputt. Nein, ist es nicht. Die Batterie ist nur leer. Und da ist noch eine von vorne. Nee, kein Bock mehr. Nee. Sieht